Ich hab zuerst gemarkert. Ne, 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 ich geh da immerhin. Wir passen da schon zu zweit rein. Wir machen, wir machen, wir machen gerade ja Torenkampf. Okay, die gehen doch nicht. Doch, die gehen doch nicht. Du trinkst 0 bis 180 Grad und ich 180 bis 360. Ne, 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 wir machen gerade ja Torenkampf in der Arena auf Lehm und Tor. Okay. Und ich lande auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach gelandet. Kann man hier reißen? Die Elfe fällt jetzt erstmal runter und stört. 50 Fallschirme dabei. Komm her. Hey, ich hab nichts. Molli. Hä, wie Molli? Oh Gott, schnell weg, der Molli. Du bist so blöde, ey. Hör auf mich zu boxt. Ich wollte mich verarschen, die beiden. Der hat sich selber gemollt. Hab ich überhaupt nicht. Der Molli ist ganz woanders als ich liege. Du hast gebrannt. Du hast mich geboxt. Du hast uns beide angezündet. Ja, aber du hast ein bisschen Brotschein gelockt. Wie soll das? Hm, ich spiegel hab ich bloß mit der Dread. Ich hab's verstanden. Ach, so knapp. Neee. Oh, wie die Pfanne hier ist. Du bist wieder nach mir geschmissen. Nimm die Zackenpfeine aus meinem Gesicht. Du bist ja wohl nicht ganz gut. Oh, dein Gesicht? Du bist wie lange am Boden. Ich würde dir irgendwie ein bisschen schlecht, dass ich immer nicht voll gehielt bin von deinem Terroranschlag mit dem Molli. Ich auch nicht, aber die Räumanschlag. Hier, willst du einen Booster von ihm? Ich hab genug, ja. Naja, das ist ja nicht mein Problem. Da benutzt sie doch gefällig. Oh, was? Hallo, du? Wer von uns beiden wurde denn genockt, Mr. Hu? Ja, und was stand im Chat? Wodurch wurdest du genockt? Nicht dich. Nee, da stand, Elfe war sie selbst für eine Molli genommen. Nee, da stand bestimmt, Raffi hat Elfe mal so lange geboxt, bis der letzte bisschen Molli noch sie gedroppt hat. Das stand dann. Hey, du hast von Anfang an gebrannt, Fräulein, ey. Man droppt kein Molli auf dem Gegner, wenn der Gegner an einem steht. Was kann ich das denn so heiß? Denn das ist nie sehr lieb. Oh shit, ich war gebutt, sorry. Die kann man doch nicht entfernen, oder? Du bist mir gewundert, warum du so still bist die ganze Zeit. Das geht. Was macht ihr denn schon wieder? Ja, wenn ich dich so kichern höre, weiß ich immer, dass es nichts Gutes ist. Oh, nein, nein, nein. Molli, kannst du ihn bitte abholen? Nein. Das ist dein Fahrrad, oder? Nein. Es gibt hier leider keine Autos. Du sollst die Kinder bitte aus der Spielerabteilung abholen. Wer, wer hat denn, wer hat denn... Einmal die Mutter abbrach noch kurz sitzt, der kriegt Parkklapp. Ich will vorne sitzen. Das gilt doch für den Beifahrer. Das gilt doch für den Beifahrer. Okay, ich bin ready. Wir können fahren. Ich kann doch nicht fahren. Halt doch mal stehen, man. John. Nee. Halt doch mal ernsthaft. Los, los, Fahrrad. Ich hab dein Fahrrad nicht dabei. Warte, fällig. Kannst du auch nicht? Du bist so krass. Du musst wollen. Ich bremse nicht einfach. Nimm es mit. Nein, das ist meins. Ja. Ja, wir haben es dabei. Kannst du das nicht machen? Ja, wir haben es dabei. Ne, aber wir haben es mit der Fahrradtür. Jetzt ist es oben wohl mehr gefallen. Ich bin zufrieden. Deine Info, ich werde nicht bremsen. Was ist denn jetzt hin? Nimm doch. Hast du so einen Aufkleber in deinem Auto? Ich bremse nicht für Teammates. Ah, sie ist ausgestiegen, als wir geflippt sind. Natürlich, weil ich eine Fahrradtürke. Oh, was? Wie hast du das überlebt? Ne, wir waren schon nicht so schnell. Na toll, hier ist kein... Wo ist es hin? Keine Ahnung, dieses PUBG. Es kann auch sein, dass es 4,5 Kilometer geflogen ist. Sch, 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 sch. Aber das habe ich nur mit dem Block gesehen. Das wird hier irgendwo sein. Vielleicht hältst du immer noch die Opa im Auto. Ja, wahrscheinlich. Beflüssig. Außer vom Dach ist nichts. Ich wollte einfach. Hochdruck, Achtung! Das ist, glaube ich, mehr links irgendwo. Keine Sorge, John sitzt schon im Auto. Keine Sorge. Ach, Mann. Ich bin da, danke. Der Reststation ist schon außerhalb. Da haben wir zum Beispiel gleich noch einer. Nice! Ah ja, da müssen wir so laufen. Jetzt go. Hab ihn. Noch einer. Oh, shit. Der ist low. Toll, der ist schon besetzt, John. Da komme ich nicht mehr hin. Oh, shit. Toll ist los. Wie seid ihr jetzt endlich gestorben? Du bist ja immer weggerannt. Du bist ja mit uns zu falten. Hä? Ihr seid einfach weggerannt. Ich habe gesagt, die Reststation ist da vorne und ihr rennt die andere Richtung. Ja, aber wir können da nicht alle lang laufen, wenn da ein Pirateam über uns am Berg steht. Klar, ich bin da easy durchgelascht. Ja, weil wir... Ich bin da easy durchgelascht. Ja, weil wir... Klar, ich bin da... Ich bin da easy durchgelascht. Stimmt, wenn wir alle drei übers Feld gelaufen wären hätten... Dann hätten sie geguckt. Hätten sie gedacht... Boah, die müssen weg sein. Das können sie natürlich bestimmt nicht. Ach, ist der untangbar. Also ich finde gar nicht, dass das Schnorren ist. Das ist einfach gegen Nehmen. Ich fühle mich ja ganz gut auf meiner Seite. Was ist denn du das jetzt her? Ich habe mich eingepackt. Oh, der Mond. Wie hübsch. Und noch eine Sternschnuppe. So, ich habe mir etwas leise gewünscht. Ich verrate es aber nicht. Boah, da sind ganz viele. Ey, guck mal nach oben. Das ist ja ein Wunschkonzert hier. Aber eigentlich. Also die haben ein Nutella gezogen. Boah. Ich werde getötet vom Bären. Das ist dein Bär. Hier ist noch jemand in der Höhle. Oh Gott, du Arschloch. Holy shit.